Gegen Salihowitsch, der hat eben ganz sicher gegen Roman Weidenfeller rechts oben in den Winkel verwandelt. Es steht in der 82. Minute 1 zu 1, geht Hoffenheim hier sensationell in Führung. Gott sei Dank, Schuss, Tor! Ja! Ja! Damit 3 zu 2 zu 1 für Hoffenheim und damit sind sie auf dem Elegationsplatz. Und damit zu Michael Augustin nach Hannover, Düsseldorf aktuell direkt gestiegen. Ja! Düsseldorf abgestiegen. Scheiß Fortuna! Und Orban Meier, der hat hier 80 Minuten lang eine Menge Alarm gemacht in seiner Coaching-Zone. Der Hotlauf, der Bamm, der Kauer, dreht jetzt gerade an einer Trinkflasche. Weiß natürlich auch, was sich da in Dortmund gerade ereignet hat.